So und damit Hallo und Herzlich Willkommen hier zurück bei Let's Play South Park. Ähm, South. Oh, da komm mal rein. Äh, ja, wir sind inzwischen im Schulgebäude und wollen... Ich glaube, das ist schwerkräftig. Und wollen unseren Freu... Freund... Moment, das kann ich irgendwie... Ah. Ähm, Crack retten aus den Fängen des Nachsitzens. Und ja... Einer weniger. Jetzt ist lustig. Toll. Ich wollte ihn schlagen, aber ich kann ihn nicht schlagen. Toll. Ja, nice. Geht gleich gut los, ne? Fett auf die Fresse, so. Ja, ich probiere jetzt erstmal das hier. Ja. So, und du... Probieren es einfach mal aus. Schüttel, L und... und so fliegst rechts. Oh, okay. Ich schüttel, 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 ich... Was war das denn? Hat das so funktioniert wie es funktionieren sollte? Da habe ich irgendwie nicht das Gefühl. Okay. Schön weiter auf die Fresse. Ah, da kommt sie ja wieder. Ja, nice. Funktioniert ja voll gut eigentlich. Dafür reicht es nicht. Ja, das wird ja wieder nichts bringen. Weil ich mach dich platt. Ich scheiß auf dein Schild. Zwei HP noch. Ja, oder so. So passt das doch. Alles klar, ein Bossler. Ich will nicht wissen, was das mal war. Ach, vielleicht ein Streber, der im Schrank geschlossen wurde. Oder so. Ein Ball. Bringt der mir was? Ja. War gleich zum Bogen. Warum habe ich eigentlich die Dartpfeile abgemacht? Ach, ich habe das gar nicht ausgerührt. Ach nee, ne? Ja. Ja. Da hat zwar immer einen Gulenbogen. 35. Bis 52 sind natürlich geil. Aber der hat schon Feuer drin. Ja. Ich setze jetzt mal ein. Dann nochmal. Und. Eingriff mit 5. Schockschaden. Ja, komm. Machen wir das rein. Da. Aber doch. Ich glaube das können wir so lassen. So. Ähm. Also wir haben jetzt diesen Messingschlüssel. Und. Alles klar. So. Jetzt. Zuallererst mal. Ich weiß nicht was das gebracht hat. Ah. Ah so. Warte. So. Oh jetzt sollte ich weg weggehen. Wie. Der hat gefetzt. Oh. Ich habe ein neues Ding bekommen. Warte. Bevor ich gegen die Kämpfe. Was ist das? 10% Schaden. Ja. Okay. Okay. Hier ist nichts. Moment. Oh. Okay. Das muss sein. Unauthorized Pedestrian. Nie. 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 Ein Tod muss man ja sterben. So. Gleich mal auf die Fresse hauen. Jawoll. Ah. Okay. Ja. Der hat gesessen. Oh. Ach. Was für ein schöner Kampf. So. Dann. Ja. Kann ich nicht mehr nehmen. Okay. Achso. Der steht immer noch. Okay. Was ist das jetzt? Ist das jetzt irgendwas? Was mir uns weiterbringt? Oder habe ich einfach nur ein paar Leute verschlagen? Achso. Oh. Ohhhh. 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 Ich muss es erst mal lernen wie ich hier umschalte. Ah, okay. Ah, das ist der falsche Begleiter, ne? Kann das sein? Ah. Ah, jetzt, jetzt wird's interessant. Ich bin der Schlüsselmeister. Okay, da war nichts drin. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier drin finden. Ja, der hat das Safe im Schreibtisch, ne? Bestimmt ist er hier. Okay, fast. Hey. Wir haben wieder einen Unstecker bekommen. Ich hol den mir trotzdem an. Nicht, dass er mir echt viel... Nein, das ist okay. Beziehungsweise doch, wir können ja hier mal gucken. Vielleicht war da hier. Könnte ich da werden, so ein... Ah, das war vielleicht so ein... Und... Fügt fünf Rüstungen hinzu? Ein... Ah, okay. Was haben wir hier drauf? Okay. Was haben wir hier drauf? Das mach ich jetzt mal da drauf. So. Aber jetzt müssen wir ja noch... Warte, ich will das frei nochmal. Ich will wissen, was so passiert wäre. Ah! Chipo, komm on! Jetzt wird's lustig. Das ist weit genug, Intruder. Wo ist dein Hallpass? Dann ist es Zeit, um dir einen Referralen zu schreiben. Ach du heilige Scheiße. Oh ja, das ist der Boss. Gut Glück, den Boss zu kämpfen, Fuget. Du denkst immer, das ist ein Spiel, junger Mann? Wenn's einen Boss gibt. Ach du scheiße. So. Ja, er brennt schon mal. Das ist gut. So. Haben wir da Stürmer. Zu spät? Wie zu spät? Ha, voll auf die Fresse. Ja, geil. Richtig schön durchgewirkt. Oh, keiner. Schade, reich nicht. Okay, den haben wir weniger. Unser Kollege müsste ja eigentlich noch eine Runde kämpfen können. Und das war's mit dem Boss. Ah, der andere müssen wir gar nicht mehr. Ja, nice. Aber jetzt will ich erstmal wissen, was den alles dabei hatte. Uh. Der ist dann hier. Keule der Heilung. Nice. Okay, bevor ich da reingehe, muss vielleicht kämpfen. Ja, geil. Die hat zwar nicht so viel Schaden, aber... Okay. Plus Schaden. Ja, so. Die Rettung ist da. Damn you, Craig! Ja, Aufwertung verfügbar. Meine Fortschatzanfrage. So, dann schauen wir erstmal. Das kann uns nicht alles, dass du dann gebissen wirst, bist du schon tot und nicht hierher zurück. Nimmst du jetzt hier in der Ressour. Alles klar. So, Fähigkeiten. Ja, jeder Schwung des Schlägers bewegt diese Blumen. Aller. Auf jeden Fall. Dann haben wir das schon mal gemaxt. Hier haben wir noch keinen Bonus. Ja. Stell dich neben ein Feueranzeigen mit Ellen darauf. Halte kurz R und dann... ...dreise. Mission erfüllt. Kehre zu Cartman zurück. Apropos Missionen. Die Kirche ist doch hier ums Eck, ne? Da gehen wir jetzt mal auf zur Kirche. Wenn hier ums Eck ist. Ha. Wir haben die Lehrer besiegt. Dieser Sieg wird in die... Uh, Moment. Ich muss jetzt mal was testen. Okay. Duellant. Ja, geil. Was ist das? Duellant. Äh. Wenn ein Eingriff mit Nagraf haben, fügen 10 zu seinen Schaden zu. Du heils hier nur mit... Das mache ich mal drauf. Wollten wir nicht zur Kirche? Wie zum... Ach so. Klar, wir müssen ja... Wir müssen da runterlaufen. Einen Polizist, der keinen Donuts mag. Was ist denn das für ein Polizist? Hi. Liegt hier überall ein Tablet rum? Ne. Ein iPad. Mal schauen, ob Jesus da ist. Hier ist er nicht. Oder vielleicht sitzt er ja da hinten. Nö. Sieht nichts aus. Alles klar. Aha. Ich höre ihn doch schon wieder. Nein. Nein. Wo könnte er sitzen? Hier? Nein. Nein. Der sitzt doch safe hier irgendwo in der Reihe. Moment. Ha. Aber ich kann mich nicht gegen die Bossen helfen. Sie sind schade. Komm, find mich wieder für ein anderes. Ja, wir haben Jesus gefunden. Rosenkranz, herbeigeschaltet. Okay. Neue Nachricht. Ich bin froh, dass du Gott gefunden hast, mein Sohn. Aber es sei immer wachsamt, denn er kann in Zeiten in Not an den ungewöchsten Orten gefunden werden. Ich habe ihn mal in meinem Kamin gefunden. Sicher, dass das nicht der Weihnachtsmann war. So. Nö. Ich habe jetzt keinen Bock, unbedingt noch mal einen Kampf zu machen. So. Quest. Ja. Wo sitzt denn der? Da. Okay. Können wir ja machen. Wo ist das? Da. Genau. Ah ja, komm. Reißen wir gerade da hin. Schließen noch das ab. Dann haben wir da unsere Ruhe. Alles klar. Begib dich zur Elgors Basis. Ja. Aber das, liebe Freunde, machen wir jetzt in der nächsten Folge. Es ist schon spät. Und bis dahin. Ciao. Ciao.